In diesem Clip besprechen wir, wie man sich Attribute mit Show am Bildschirm ausgeben kann. Wir kennen den Show-Befehl ja schon von Show Corpora, Show Queries oder Show CD. Man kann Show aber auch nutzen, Annotationen von Tokens am Bildschirm anzuzeigen. Es geht also eigentlich darum, was dieses Sternchen hier bedeutet. Das Sternchen sagt, dass gerade die Spalte Word aktiv ist, also dass diese Spalte das ist, was bei einer Abfrage am Bildschirm angezeigt wird. Das ist nicht überraschend, wenn wir bewusst drüber nachdenken, denn die Word-Spalte ist der Korpus-Text und den bekommen wir sinnvollerweise standardmäßig bei Abfragen angezeigt. Da geht mit Show aber noch deutlich mehr. Angenommen, wir aktivieren die POS-Spalte und zwar mit Show plus POS. Mit Show CD sehen wir jetzt, dass auch POS aktiv ist. Also wird jetzt für jedes Token zusätzlich zu seinem Wert in der Word-Spalte auch der Wert in der POS-Spalte mit ausgegeben. Testen wir das mit Snow. Und jetzt sehen wir für jedes Token die POS-Tags. Wozu ist sowas nützlich? Naja, manchmal weiß man nicht, wie ein String im Korpus getaggt ist. Entweder linguistisch oder mit welchem Tags er das technisch umgesetzt wurde. Dann kann ich den String abfragen und mir ansehen, welche Tags das sein können. Also suchen wir zum Beispiel mal nach One. Das ist offenbar überwiegend mit zwei Tags versehen. CAD für eine Kardinalzahl oder mit PNI für ein Indefinit-Pronom. Man kann natürlich noch weitere Attribute aktivieren, also wie Show plus Class. Jetzt sind diese drei aktiv und alle werden mit angezeigt. Übrigens können wir jetzt einfacher herausfinden, weshalb im BNC zwar Lemma als Positionsattribut verfügbar ist, wie aber bisher immer HW verwendet haben. Warum das so ist, können wir erkunden, indem wir für das BNC auch Lemma aktivieren, nämlich mit Show plus Lemma und uns die Konkordanz nochmal ausgeben lassen. Lemma, das ist das, was hier jetzt an dritter Position steht, besteht also nicht nur aus dem Lemma, sondern auch noch aus Class, abgesetzt mit so einem Unterstrich. Dass das so ist, sagt uns übrigens auch Count last by Lemma, während Count last by HW nur das nackte Lemma ausgibt. Ausstellen kann man die Anzeige mit Show und einem Minus vor dem Attribut statt Plus, also Show minus Lemma. Will man gleichzeitig mehrere deaktivieren, kann man die hintereinander setzen. Minus Class. Jetzt sind nur noch Word und Pos aktiv. Ich könnte natürlich auch Word deaktivieren, damit nur noch Pos übrig bleibt. Mir fällt jetzt keine Verwendung ein, die für sie relevant wäre, aber für den Geek-Faktor war das jetzt sehr wichtig. Ich selbst nutze Show in dieser Form also meistens als Diagnose-Tool, entweder weil man wissen will, wie eine bestimmte Wortverwendung getaggt ist, wenn man ein unplausibles Ergebnis hat und auf die Fehlersuche gehen möchte, oder weil man das Cheat-Cheat gerade nicht zur Hand hat und nicht weiß, welches Tagset ein Korpus hat. Das ist ein Korpus.